Die Gäste Sorry, Colonel. Sie haben es selbst gesagt. Es ist noch nicht vorbei. Alle Mann zum vorderen Teil des Zuges! Rogue, ich hab mehrere Nodes auf den Sensoren. Sie nehmen Kurs auf uns. Die werden uns nicht kampflos entkommen lassen. Stimels, sie kommen von links. Klemm dich hinter das Geschütz, Rogue. Halt sie auf Distanz! Stimels, sie kommen. Vorsicht, sie haben den Zug geentert. Rogue, sie klettern auf die vorderen Treibstoffaggregate. Hier, nimm. Nachladen. Lasukas, auf dem Steinbogen vor uns. Erledige sie mit dem Flakgeschütz. Hier, Rogue. Stimel Rider, rechts von uns! Stimel Rider, rechts in der Hand. Hier, liegt das Wasser. Stimel Rider, rechts in der Hand. Hier! Hier! Sie entern uns! Schieß sie ab! Ich bin fertig! Hier! Hier, Rogue! Blazookas von links! Erledige sie mit dem Flakgeschütz! Sie feuern auf uns, Rogue! Achtung, Rogue! Alles Schlechte kommt von oben! Sun Legends im Anflug! Gut, dass wir eine Flak haben! Das ist nicht so, dass ihr unser Taxi zerstört! Sie stören! Hol sie vom Himmel! Alles Schlechte! Eins Schlechte! Na schlafen! Komm! Achtung! Stemmelrider, links von uns! Stemmelrider, links von uns! Stemmelrider, links von uns! Luke, keep Request! Stemmelrider, links von uns! Stemmelrider, links von uns! Stemmelrider, links von uns! Rechte Seite! Du musst die Stemmelrider aufhalten, Rogue! Wir dürfen sie nicht auf den Zug lassen! Stemmelrider, links von uns! Wir haben noch mehr Gäste, Rogue! Nachladen! Hier, Rogue! Knobs von rechts! Granate runter! Hoppers! An das Flackgeschütz, Rogue! Rogue! Rogue, steh neben den Zug auseinander! Du solltest langsam was treffen! Du solltest langsam was treffen! Wir werden verfolgt! Son Legends! Sie sind über den Berg hinter uns! Stemmelrider! 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 Prax perch活 Kapoor! Stemmelrider! Die Aufwicklung! Noch mehr Ruppers! Sie greifen an! Komm schon, Rogue! Überlass sie mir! Ich denke, wir sollten uns auf die Geschütze des Zuges verlassen. Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Gute Arbeit, Rogue! Den Hoppers hast du's gezeigt! Mit ein paar Sammys hätte ich die Dinger auch erledigen können! Ich glaube, wir haben es geschafft, Jungs! Wartet, ich empfange seltsame Signale, aber ich kann die Quelle nicht orten! Na los, kommt doch rüber! Der Zug wurde zerstört! Und der G.I.? Dort, selbst wenn er den Aufprall überlebt hat, den versteinerten Wald überlebt er nicht! Dieser Morgan, ist er verlässlich? Der schwarze Weiser, den er trägt, wird nur unseren besten Schafsschutzen verlieren! Für mindestens tausend tote Safa! Gut! Also, da der G.I. tot ist, kann uns dank der Informationen, die ich habe, nichts mehr aufhalten! Wann darf ich noch nicht? Mein Traum wird nicht erforschen! Das ist ein Schafsschutzen! Ich bin schon ganz sicher! Ich bin schon ganz sicher! Was ist das? Zwei Stunden Luft. Ich nur noch für 30 Minuten. Los, suchen wir weiter. Sniper! Volle Deckung! Ich hab nichts auf den Sensoren, Rogue. Die müssen Tarnanzüge tragen. Alles klar! So macht man das! Folgt uns! Nord, fürchtet den G.I. Nord, fürchtet den G.I. Nord, fürchtet den G.I. Nord, fürchtet den G.I. Wir kommen! Und Schiss! Alles klar! Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier, nimm ihn! 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 Mit der Päck ist unterwegs. Auf dieser Ebene geht's nicht weiter! Saufer! Ihr wartet hier, bis wir das Tor öffnen! Über uns scheint ein Vorsprung zu sein! Sehen wir uns um! Wir müssen da rauf! Granate, Deckung! Granate! Nachladen! Tötet sie! Spinnen! Ich bin fertig! Alles klar! Ich hasse Spinnen! Wartet, lasst sie kommen! Und dann sind sie dann! Alles klar! Hoffentlich führen diese Höhlen irgendwo hin! Wir sind jetzt eine Ebene höher! Hier oben müssten wir das Tor umgehen können! Fall nicht runter, Rook! Das sieht ziemlich hoch aus! Dann ruys! P 망er! Was? Certi comfortably mit dem was ist derart? Auf Alem! ,acyß! Danke! ! Das war's für heute. Was? Was? Er ist doch hier! Granate, roter! Halt still, Rogue! Oh, das ist doch hier! Wir sind gleich fertig. Hier! Was ist der Hilfe? Geh! Erwischt! Ich empfange eine Energiesignatur aus der Ruine dort. Stark genug, um das Tor zu öffnen? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Wir haben keine Chance. Erwischt! 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 Granate! Deckung! Super Schuss! Ingo! Best Di Sonst zieht niemand auf! Ja, machen wir sie fertig! Hier, nimm! Granate, Vorsicht! Geh, schau, 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 schau! Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das? Was… Was ist das? Das wird helfen. Ich hab's. 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 Broke, mach was! Trink dir den verdammten EMP Trooper! Jaaaah! Someone dead! Everything is dead! Abandon my gun! Hold the gun! Halt! Halt! Medi-Pack Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir sind hier covered. Also wo ist der Verräter? Wir vermuten, dass er den Angriff irgendwo im feindlichen Hinterland leitet. Einige ihrer alten Freunde sind übrigens auch hier. Kaschan! Ja, diese Bastarde haben uns in der Quarz-Zone fertig gemacht. Richtig, aber es steht jetzt viel mehr auf dem Spiel. Wenn Harpos Ferry fällt, verlieren wir ganz nur Atlanta. Und wenn das passiert, können wir uns auch vom Rest des Planeten verabschieden. Wir sind im Geschäft, Colonel. Ich hoffe nur, es gilt auch noch, wenn alles vorbei ist. Wir müssen den Zaufern helfen! Versenken wir erstmal die U-Boote. Sie sind außer Reichweite! Ich brauche eine Hellcannon! Versenken wir! Versenken wir! Nords! Fürchtet den Chi ein! Wir haben keine Chance! Granate, runter! Geht nicht so an! Geht nicht so an! Geht nicht so an! Geht nicht so an! Granate, Achtung! Geht nicht so an! Rückzugsplan 6 initialisiert! Geht nicht so an! 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 Achtung! Kommunikationsteam, Archive zerstört! Alltöten! 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 Steck zum Glück! Komm raus, und weinte! Was ist das? Alle Einheiten nach hinten und zurückziehen! Wer kann den Feindling? Was war das? Wer hat mich schon? Du bist genau! Medipack! Ich geb dir Feuerschutz! Ich komme zu dir! Der Schaufer hat Angst! Schaufer schreit! Nein! Okay! Ich bin in! Ich bin in! Biddy-Pack Ist unterwegs Kommt, kommt! Wir ziehen uns zurück! Kommt, kommt! Sieht euch zurück! Macht sie für sich! Ja, nicht der Weg! Ich bin nicht der Weg! Ich bin nicht der Weg! Ah! Da unten ist ein Black-Meer-Panzer! Höchstab! Mal erst mit mit! Tschüss, niemand! D Pfeift D Schöööööööööööö! Was ist das? Brücke G ist zerstört. Umleitung auf Brücke F. Ich bin fertig. So macht man das! Und schießt da! Ich bin fertig. Ich bin fertig. Très fort! O地方! B Ohop! Ohץ, lass uns aufhörern. Hey Capps! Sobald hatte ich ... ...anyer Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 So macht man das! 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 Halt still, Rogue! Hier! Nauts! Fürchtet den G.I. Nauts! Nauts! WTUF! 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 NAUNAT! GASPAN! TNNN! TNNN! WTUF! WTUF! Der G.I. 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 was ich finde. Anders kommen wir an den Kerl nicht dran! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Granate! Achtung! Ich bin fertig! Eine Million Euro-Dollar für den Kopf dieses G.I.s! Ich bin fertig! 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 Wenn der Plan hier stimmt, versorgen diese Generatoren den Schild mit Energie! Wenn ich die Wartungsbrücke ausfahre, kommen wir an sie ran! Halt! Deine jämmerlichen Versuche, mich zu fassen, sind... Die Wartungsbrücke ausfahre, kommen wir an sie ran! Halt! Deine jämmerlichen Versuche, mich zu fassen, sind gescheitert! Sieh her, meine Stellungen sind immer noch intakt! Eine Mikromide will jetzt genau das Richtige! Los, suchen wir noch mehr Brückenkonsolen! Er lügt, Rogue! Der Schild läuft nur noch mit 66% Kapazität! So macht man das! Alle verfügbaren Lost für NTDGI! Hier! Ja, so gefällt mir das! Treffer! Ich bin fertig! Noch mehr Toten! Lade nach! Wir sehen uns beim Drogen. Wir sehen uns beim Drogen. Los, Rogue! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Alles klar! Geh an den! Alles klar! Der Rogue Trooper muss gestoppt werden! Koste ist was es wolle! Hier, nimm! Hier, Rogue! Sehen wir uns das mal an! Hier, nimm! War das etwa schon alles? Das wird helfen! Sag was, Rogue! Rogue? ...Generatoren den Schild mit Energie! Wenn ich die Wartungsbrücke ausfahre, kommen wir an sie ran! Ha! Deine jämmerlichen Versuche, mich zu fassen, sind beschreitert! Sieh her! Meine Stellungen sind immer noch intakt! Eine Mikromide wäre jetzt genau das Richtige! Los, suchen wir noch mehr Brückenkonsolen! Er lügt, Rogue! Der Schild läuft nur noch mit 66% Kapazität! Sieh her! Sieh her! Sieh her! Sieh her! Ihr nimm alle verfügbaren Lords! Tötet den Sieh her! Granate! Vorsicht! Sieh her! Sieh her! Sieh her! Sieh her! Alles klar! Sieh her! Granate runter! RotRR! Der F Maryland震, Gans! No! Noch mehr toten! Hier! Ich bin fertig! Gronade! Ich werde dich verletzen! Wie das Quarkz-Massaker deines Gleichen verrichtet hat! Kirok. Auf Wiedersehen! In Wochern! Lass die Wurzeln einnehmen! Granate! Achtung! Los Rogue! Ich bin fertig. Mich! Ich! Staminiert die Route Trooper! Hier, Nimm! Lade nach! Granate runter! Ich hab's! War das etwa schon alles? Ich bin fertig! Ich hab's! Hier, Nimm! Der Rogue Trooper muss gestoppt werden! Kostet ist, lass es wollen! Hier, Nimm! Bin gleich fertig! Lade nach! Sonst kann niemand aufhalten! Gib auf, solange du kannst, Chi-Hai! Garnate! Garnate! Deckung! Nachladen! Nachladen! Garnate! 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 Verräter! Schild ist bei 33 % Rogue! Erwischt! Warum willst du dein Leben einfach f... Medi-Pack ist unterwegs. Meine Stellungen sind unüberwindbar. Gut geschaffen! Hier Rogue! Lutz! Der G.I. ist hier! Ich bin gleich fertig. Obdachgeschwader, auszuschüren! Garnate! Vorsicht! Ich wusste es! Garnate, Achtung! Garnate, Achtung! Garnate, Achtung! Garnate, Achtung! Garnate, Achtung! Garnate, Achtung! Unterstück zu Feuer! Nachladen! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Feuer, steigern! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Oh, Gott! Ich hab's! Oh, Gott! Verdammter Verräter! Ihr Tod macht unsere Kameraden nicht wieder lebendig. Aber wenigstens können sie dadurch niemanden mehr verkaufen. Rogue, Luftangriff! 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 Verteilt euch! Bringt mir die Leichen des GIs und des Verräters! Bemühen Sie sich nicht covered. Ich bin hier. Gibt es einen Grund, Sie nicht zu töten? Ich musste sicher gehen, dass der Verräter getötet wird. Alle anderen Überlegungen waren zweitrangig. Sie meinen uns? Das ist wieder mal typisch Millicron. Ihre Mission ist vorbei, Rogue. Der Verräter ist tot. Sie haben Ihre Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich werde dafür sorgen, dass die Anklage gegen Sie fallen gelassen wird und Ihre drei Kameraden neue Klonkörper erhalten. Das haben Sie verdient. Eine zweite Chance. Sie alle. Für Sie arbeiten? Das wird nichts, Mister. Wir sind Soldaten. Keine Spione und Killer. Ich schätze, das heißt nein, Colonel. Wollen Sie diesen Krieg auf eigene Faust gewinnen? Warum nicht? Dafür wurden wir nämlich erschaffen. Lasst ihn gehen. Er war einmal nützlich. Er könnte es auch ein zweites Mal sein. Da unten liegt einer. Ein Sondra. Sieht nicht gut aus. Schnell, ein Sanitäter!